Ein CW-Fotobuch ist einzigartig. Von ihnen gestaltet, steckt voller Freude. Es ist ein Schatz, gefüllt mit ihren schönsten Erinnerungen. Wir bei CW wissen das. Denn weil so viel Liebe darin steckt, achten wir auf jedes Detail. Beste Papiere, schärfste Auflösung, perfekte Schnittkante. Satte Kontraste, alles muss stimmen. Alles kommt zusammen. Mit geschultem Blick, mit Fingerspitzengefühl, das keine Maschine ersetzen kann. Mit Leidenschaft. Denn ein CW-Fotobuch wird von Menschen für Menschen gemacht. Und wenn der Einband und die Seiten miteinander verbunden werden, sprechen wir von Hochzeit. Denn es soll ja ein Leben lang halten. Und während Ihre Vorfreude auf das erste Mal Blättern in Ihrem CW-Fotobuch steigt, machen wir die letzten Handgriffe, prüfen die Qualität und stellen sicher, dass es perfekt ist. Und wenn Sie es dann in Ihren Händen halten und Ihr CW-Fotobuch immer wieder neu erleben, dann haben wir alles richtig gemacht.